Hallo und herzlich willkommen zurück in der Welt von Goodyman und Raidman ist schon ganz nervös er kann es nicht erwarten. Raidman bist du bereit? Und wie und wie und wie und wie? Los geht's! Ja ich muss ja zuerst das Level auswählen. Ja der ging jetzt etwas in die Hose aber okay. Das nächste Level heißt Achtung Zerbrechlich und dann schmeiß ich dich doch hier gleich mal zu alles klar du kannst mich auch gleich noch hier hoch hoch schicken. Ich habe das gef- oh nein. Hast du gesehen was du drin kommst? Ja ich habe ihn auch schon gesehen ja. Oh ach so. Na ja cool gemacht Junge. Cool gemacht Junge. Äh warte mal. Nein lass mich. Ja clever gemacht. Junge. Geh rüber. In die Mitte fahren. Ja du kannst ja auch einfach rechts runter. Jetzt rüberfahren. Jetzt musst du zurückfahren. Äh okay. Jetzt muss ich dich irgendwie hoch schießen. Wie so. Ah da rechts komme ich nach. Fahr mal ganz nach rechts bitte. Das muss ich kurz testen. Komme ich da drüben nach oben dann? Jawoll. Boah aber das ist ja unglaublich schwierig. Ähm. Ich glaube ich habe eine Idee. Du holst den ersten und springst dann rechts weg und gehst nach oben. Ja und wie holst du den zweiten? Lass das mal meine Sorgs. Okay. Schnee. Nein. Ich hätte eben klein machen müssen. Gehst du lieber? Ja du musst mir nicht danken. Äh. Oh was war das denn? Allerwertste Montieren. Warum? Warum habe ich dich jetzt aufgenommen? Oh. Oh lala. Wenn ich das bloß wüsste. Gibt's doch nicht! Ich hole ihn mir! Nein! Und wir haben Ramsen einen Lieben. Nein, aber ich muss ihn holen. Das hast du schon auch so gesehen. Das hast du schon auch so gesehen. Ja. Okay. Aber wie genau... Wie genau geht's jetzt weiter? Dann möchtest du fragen. Rüber. Ähm. Nicht so... Oh! Ach, gut gespielt. Ohne Scheisse. Jetzt geht's... Teilweise geht es echt... Teilweise ist das echt... Teilweise ist das echt schwierig. Aber... Ähm... Wie soll ich denn jetzt rüberkommen? Warte mal! Warte mal! Warte mal! Geh rechts runter! Und jetzt musst du mich auffangen. Bist du bereit? Das funktioniert niemals! Bist du bereit? Jo! Drei, zwei, eins! Jetzt! Oh! Okay, gut gespielt. Oh Gott! Gut gespielt. Bist du bereit? Bist du bereit? Bist du bereit? Bist du bereit? Ja, 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 ja! Jetzt funktioniert das mit dem Drücken nicht mehr. Mit dem Drücken. Nicht mehr im Drücken. Aber ohne Scheisse. Wie soll denn das gehen? Ich fliege hier mal eine Runde. Du bist wie in UFO, diese hässlichen Monster. Ähm... Nein, das... Ah! Doch, doch, doch! Klick nochmal! Nein, das geht auch nicht. Äh... Studieren wir wieder zu weit? Äh, ich kann mich auch nicht mehr bewegen. Mein... Mein... Mein Controller ist wieder echt am Arsch. Ähm... Aber es hat gerade so ausgesehen, als wärst du volle Hallen... Volle Kanne... Da in die Laser reingesprungen. Sag mal... Studieren wir jetzt wieder irgendwas zu viel, oder? Oder zu wenig. Gut, das ist gut möglich, aber... Ähm... Sorte das die Laser? Sag mal, ich kann doch den da runterschmeissen. Ja, nur, was bringt uns das? Ja, vielleicht kann ich dann auf die... Nein, kann ich nicht. Äh... Oh Gott, was ist denn bloß los mit diesem Controller? Ja, der Controller ist ganz klar. Okay, jetzt nochmal. Lass uns kurz überlegen. Hier kann ich dich auch nicht auffangen. So hoch kommst du nicht. Nein, komm ich nicht. Drück nochmal. Wenn du da oben drückst, dann... Er schwebt mal in der Erklärung. Dann geht einfach da auf. Da geht nur dieses Teil weg. Und da kannst du ja auch nicht drauf landen. Du bist ja schon durchgedonnert einmal. Ja. Ähm... Warte mal. Oh Gott, das ist echt mühsam. Ich glaube, das war's nicht. Das ist echt mühsam, wenn der mit dem Spring echt... Ja, ziehst du rein. Komm. Ach so. Äh... Das ist echt mühsam, wenn das mit dem Spring nicht geht. Aber weisst du was? Das... Das... Wie soll denn das... Ähm... Wenn du... Warte mal. Wenn ich dir noch ein bisschen... Oh! Mann, Mann, Mann. Das ist echt scheisse. Schieb ihn mal ziemlich genau unter die Dinger. Genau, wenn ich doch das so stelle. Wenn ich doch jetzt da rüberspringe. Bist du bereit? Vielleicht sollten... Ja, du kannst auch einfach springen. Ach so. Vielleicht sollten wir jeweils nicht zu viel überleben. Ja. Das ist schon so. Da sind wir teilweise echt... Ähm... Ja. Oh, ich seh's schon kommen. Da kommt eine... Meine absoluten Stärke. Äh. Ähm. Du siehst auch diese Nuggets richtig. Da müssen wir ganz bestimmt irgendwo... Ja, aber... Aber jetzt mal ernsthaft. Wieso das denn gehen? Ich glaub, da müssen wir irgendwo in einen Bonusort und dann von oben her reindonnern. Oder nicht? Kannst du mich da irgendwo... Nein, 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 nein. Nicht so. Ich meine mehr... Weißt du, da oben links... Da sind doch... Siehst du diese... Die Nuggets da oben links. Ja. Wir müssen doch da bestimmt irgendwie links rein oder so. Zieh mal noch den Hebel. Was bringt uns der Hebel? Wir müssen wohl beide Hebel gleichzeitig aktivieren. Ohne Scheiß. Ja, das musst du jetzt einfach machen. Ja, ich kann ja nicht beide gleichzeitig. Du weißt schon. Ja, ja. Gehst du auf den linken oder auf den rechten? Ich kann auf beide gehen. Auf welchen du willst. Ich gehe links. Ich habe es versagt. Ist okay. Wir sind ja nicht so, dass das etwas Neues wäre. Ja. Das stimmt. Mein ganzes Leben ist eine Enttäuschung. Nein! Oh Mann! Und... Nein! Ah ja. Ja, ich hole den schon auf... Oh nein, den hole ich nicht mehr. Ich habe mich gewundert, was das wo bringt. Aber alleine genauso wenig wie den linken. Okay, jetzt. Äh, Mann. Ich bleib mal weiter hier. Oh, 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 rette mich, rette mich, rette mich. Ja. Warum hat das nicht funktioniert? Das ist jetzt wirklich ein Hin und Her hier. Ja, das ist echt... Das ist echt auch ziemlich mühsam. Na kurz, wir hatten da eigentlich genügend Zeit jeweils, aber... Ich gehe mal nach oben. Kommst du? Oder, ähm... Ich bin schon unterwegs. Du holst immer noch den rechten, oder soll ich haften? Äh, was ja? Ich hol den rechten. Okay. Jetzt. Achso. Ja, und wie holen wir da drüben die Nuggets? Die sind abgeschrieben. Ach, okay. Programmierfehler. Die sind ja abgeschrieben. Oh, oh. Was ist das? Äh... Hoch. Warte mal kurz. Nee, jetzt wollte ich dich doch hoch donnern. Aber warte noch mal kurz. Äh... Der ist so grob. Ja. Ja, und was mache ich? Warte, warte. Und was muss ich machen? Gegen das Teil. Keine Ahnung. Lass uns das Teil noch mal schieben gehen. Ich weiß zwar noch nicht genau, warum. Ich meine, das wird dann brechen. Aber... Kommt... Achso, warte mal. Schmeiß mich da noch. Nein, schmeiß mich... Ja, und jetzt kommen wir auch hoch. Und jetzt wird das durchbrechen. Aber wir müssen noch da links noch... Wir müssen da links noch etwas erreichen. Oh! Vielleicht kommt das erst noch. Keine Ahnung. Nein, komm zurück, 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 zurück. Ich will das jetzt noch holen. Dum, 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 dum. Warte, 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 warte. Verdammter Kaffee. Äh, was genau machst du denn? Du hättest doch einfach... Du musst mich doch einfach hier hoch schießen. Okay, und jetzt komm. Und donner mich hier noch gegen dieses Glas oder so. Komm auch hoch. Äh, was hast du denn jetzt gehobt? Irgendwas muss doch mit dem... Hätten wir den Würfel da hoch schießen? Ach so! Äh, 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 schieß mich nochmal hoch. Äh. Nö. Ich dachte schon, du hättest da einen Plan. Ja, hätte ich eigentlich gehabt, aber... Äh. Ist das einfach, dass wir beide hochkommen? Ach so. Aber wofür? Ja, aber warum ist dieses Glas hier? Doink. Natürlich! Er wollte schon wieder aufgeben. Ich wollte doch nicht aufgeben. Ui, ui, ui. Ja, ja. E-Sports, E-Sports. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Come on! Und... Oh, weg, 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 weg! Zum Glück gibt es mich noch. Ja, klar. Ja. Es ging nicht. Es ging echt nicht. Was, mein Freund, du bist da drüben jetzt? Das war jetzt nicht dein Ernst. Es ging nicht. Ja, und er schwammelt mal mit seiner Bauke. Oh Gott. Bist du bereit? Du musst drücken. Äh. Das war krass. Ja, ja. Kulikon ist der unglaubliche Feintechniker hier. Schau mal, diese... Oh! Oh, schau mal, diese schöne Pflanze, oder was das ist? Das sieht aus wie ein Drachenei. Ah. Ja. Gehst du unten durch, oder? Ach so. Äh. Äh, würde ich gerne, aber... Das geht nicht. Es geht echt nicht. Das ist echt mühsam. Mein Controller, der spinnt da. Nein, nun wieder ein bisschen. Wow. Jetzt hast du aber unglaubliches Glück gehabt. Boah, das ist ja geil. Ach du, meine Güte. Schieß dir nochmal, nimm dir nochmal auf, geh nochmal auf die Plattform. Oh, oh, oh. Nicht, dass es dich hier zermanscht hat. Was ich denn jetzt... Wieso hat es dich jetzt zermanscht? Du hast den Würfel runterfallen lassen. Nee, hab ich bei mir wieder genau gar nicht. Bei mir, das... Ja, komm, komm, schieß mich mal hoch. Aber du musst doch stellen. Ach so, ach so, ach so. Äh. Äh. Es ging nicht echt nicht. Äh. Der geht da nicht durch, ne? Doch, 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 du... Es ist so, du musst einfach, ähm, der hat jetzt eine andere Farbe. Du musst sofort von der Plattform weg, dann kann ich ihn reindonnern. Ach so. Oh, was hab ich getan? Was hab ich getan? Was machen wir bloß? Was hab ich denn getan? Mann. Ja, ich muss genau wieder weg, also gut. Äh. Nein. Äh, aber das sollte ich mal draufbleiben, vielleicht? Nein. Ähm. 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 Ach, ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Ganz ehrlich, dieser Versuch, der war auch echt klasse. Steh mal links von mir. Was? Links. Ähm. Ja. Oder gleiche Höhe. Ja. E-Sports vom Feinsten. Machen wir doch das, bis wir den Rest rausgeholt haben. E-Sports vom Feinsten, mein Freund. Oh, Leute. So. Das war jetzt aber geil. Das war jetzt echt ein geile Map. Das war ein geiler Move zum Schluss. Mano, ich meine. Easy für mich. Easy. Ja, ja, klar. Nee, ist klar. Easy für dich, aber wir haben mal kurz zwei Herzen verhandelt. Was Semmeltier. Ja. Die haben gekostet. Aber ich bin so froh, hatten wir noch eins. Nichtsdestotrotz müssen wir abdessen. Ja, ich weiß, was du fragen möchtest. Wo genau? Ich bin irgendwie rausgefallen. Wo bist du? Ich bin irgendwie aus dem Game raus. Da bin ich natürlich. Oh, tschüss. Ja, oh Mann, 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 wir sind aber auch zwei Idioten, echt. Ähm, was haben wir denn noch so auf der Menükarte eigentlich? Also Fino 6, 7, 8, 9 und... Schau mal kurz das Bonus-Level an. Nee. Noch nicht. Das ist noch nicht so weit. Oh, bin ich da. Da fehlen noch zwei. Okay. Ähm, an dieser Stelle würde ich eine kleine Aufnahmepause einlegen. Das kommt mir ganz gelegen. Alles klar. Wir können ja noch kurz starten, um das nächste Level kurz anzuschauen. Ja, wahrscheinlich wird es überraschend anders sein, als alle bisherigen mit einem großen Glas am Anfang. Ach du Scheiße. Oh nee. Siehst du das da links unten schon? Ah ja, ja, alles klar. Nein, das ist aber so ein Dynamier da in die Mitte dieses Jahr. Ah ja, stimmt. Aber okay. Äh, ich würde sagen, an dieser Stelle läuft der Rain Man mal gegen die Wand. Und wir bedanken uns für die Zuschauer. Für die Zuschauer? Für das Zuschauen natürlich. Für euren fetten Support. Vielen, vielen Dank. Ballert den Like-Button. Uns wird es enorm freuen. Lasst eure Kommentare bei uns, damit wir wissen, wie es euch gefallen hat. Und wir irgendetwas ändern sollen. Ähm, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für die Unterstützung. Tschüss und ciao aus der Welt von Goonicon. Ich habe zwei, drei Kommentare erhalten, was wir ändern sollen. Lasst den Goonicon raus. Kleiner Spass. Nee, ähm, bleibt anständig. Tüdelü, meine Freunde. Tüdelü. Möle. ZDwende Spass.